Milchzucker. Milchzucker ist das Hauptkohlenhydrat der Milch. In der Kuhmilch ist 4,5 Gramm Milchzucker pro 100 Milliliter enthalten und in der menschlichen Milch ist 6 Gramm pro 100 Milliliter enthalten. Milchzucker wird aber hergestellt aus Milch und Milch sollte man nicht zu sich nehmen, denn für die Milchproduktion müssen Tiere gefangen gehalten werden, müssen Kälber von ihren Müttern getrennt werden und müssen außerdem Tiere getötet werden, die man nicht für die Milchproduktion braucht. Und so sollte man auf Milchzucker verzichten. Es gibt genügend andere Weisen, um gesund zu leben. Es gibt sogar den sogenannten Milchzuckerunverträglichkeit. Nach manchen Schätzungen ist die Wahrscheinlichkeit, dass ein Mitteleuropäer eine Milchzuckerunverträglichkeit hat, also eine Laktoseintoleranz, so groß wie das Alter. Also die Hälfte der 50-Jährigen kann nicht wirklich Milchzucker abbauen, weil sie einen Laktasemangel haben. Und außerhalb der Europäer, zum Beispiel die Chinesen oder auch die Afrikaner, die haben genetisch bedingt noch eine höhere Wahrscheinlichkeit für Laktasemangel. Also am klügsten ist, man nimmt keinen Milchzucker zu sich. Man kann auch zum Beispiel Milchsäurebakterien zu sich nehmen ohne Milchprodukte, eben im Sauerkraut und in milchsauer vergorenem Gemüse oder auch in milchsauer vergorenen Säften, ist genügend Milchsäure drin und die hat keinen Milchzucker, aber hilft auch der Darmflora. Man braucht also keinen Milchzucker zu sich zu nehmen, um nach einer Antibiotika-Behandlung die Darmflora wieder herzustellen. Man isst einfach etwas Sauerkraut oder milchsauer vergorenen Karottensaft oder andere Gemüsesäfte oder auch Soja-Joghurt oder auch fermentierte Limonaden und dann hat man alles, was man braucht, um die Darmflora wieder herzustellen.